Gott hat es sich zur Aufgabe gemacht, am Sabbat uns zu heiligen. Heißt, seine Anwesenheit in uns zu bringen. Das ist nicht heiliges Tun. Das sind nicht besondere Aktivitäten, die wir machen. Er heiligt uns. Ihr versteht? Er sagt, das ist meine Sabbataufgabe, in euer Leben hineinzukommen und präsent zu sein. Sabbat, ist das nicht fantastisch? Du sitzt hier, du lauscht einer Predigt. Vielleicht lehnst du dich ein bisschen an, zurück in die Bank. Du genießt, du bist bereit. Du empfängst Wort Gottes, gibst Wort Gottes, indem du jemand anders umarmst. Sabbat. Wünschtest du nicht, das wäre jeden Tag so? Warum ist das nur einmal die Woche? Warum haben wir nur einmal die Woche Zeit füreinander? Und an diesem Sabbat vielleicht sogar, ja, manchmal auch ein bisschen Sabbatstress. Kennt ihr Sabbatstress? In der Früh, rechtzeitig in den Gottesdienst kommen, schnell noch zusammenpacken, Freitagabend, da wollen wir gar nicht drüber reden, kurz bevor Sonnenuntergang ist, was dann noch alles gemacht wird und dann hinein in den Sabbat springen. Und wenn man dann am Sabbat isst, Mittagessen, Gäste, dahin gehen, dorthin gehen, ist das Sabbatstress oder Sabbatruhe? Ich weiß nicht, wo du gerade stehst, wenn du Sabbat hörst, wie du dich fühlst. Ich denke, Sabbat sollte in uns so eine Atmosphäre auslösen. Eine Atmosphäre des Lebens. Eine Atmosphäre des Gedeihens. Aber manchmal ist das einfach anders. Wie kommt das? Wir leben hier in einer Kultur, das ist ja nichts Neues, die viele 24-7, 24-7 nennen. Sieben Tage, 24 Stunden. Besser wäre wahrscheinlich der Begriff 25-8. Denn damit würde man beschreiben, wie wir uns wirklich fühlen. Es ist eine Zeitspanne, in der wir eigentlich nicht wirklich leben können. Ein Tempo, in dem das Leben an uns vorbeizieht. Und man wünscht sich immer wieder mal, vielleicht gerade am Sabbat, könnte es nicht etwas langsamer gehen? 25-8 steht für unsere rasende Kultur. Menschliche Grenzen werden überschritten. Unser Gedeihen ist in Gefahr. Woher kommt das alles? Es gibt Untersuchungen, bei denen man über den Lärm spricht, den es in der Welt gibt. Und es meint nicht nur den akustischen Lärm, das ist so diese erste Spalte. Der akustische Lärm ist ja gegeben. Allein, dass wir ständig so ein Ding mit uns rumtragen, das piepst, rüttelt, macht. Da werden wir ständig um Aufmerksamkeit. Versteht ihr? Deswegen habt ihr alle eure Smartphones zu Hause gelassen. Nein? Darf ich mal kurz fragen, wer sein Smartphone zufällig mit hat? Natürlich im Flugmodus. Darf ich mal sehen? Wow. Also für die Zuschauer am Bildschirm, ich schätze drei Viertel, noch mehr eventuell. Tatsächlich, ich muss bekennen, ich habe es auch dabei, da unten drin. Schlimm. Sirenen ist ein anderes Beispiel. Wisst ihr, dass es Studien gibt über Sirenen, wie laut die sein müssen? Manchmal hört man gerade am Sabbat so um 12 Uhr eine Sirene. Bei uns in Oberösterreich ist das gerne so da. Aber damit Sirenen unsere Aufmerksamkeit erregen, müssen sie auch laut genug sein, oder? In einer Untersuchung, ich weiß nicht, wie Sie das gemacht haben, aber da liest man 1912, also vor 110 Jahren, musste eine Feuerwehrsirene in drei Meter Abstand 96 Dezibel laut sein. Damit man sie auch richtig gut überall hört. 96 Dezibel ist jetzt schon richtig laut. Und wenn jemand jetzt was über Dezibel weiß, dann weiß er, also 96 Dezibel, wenn ich jetzt auf zum Beispiel 114 gehe, 114 Dezibel war die Sirene 1974, dann ist das nicht einfach um 18 Dezibel mehr, um 18 Stufen, sondern ein Dezibel mehr ist logarithmisch. Das heißt, wenn du drei Dezibel mehr hast, ist das die doppelte Lautstärke. Drei verdoppelt. Das menschliche Ohr filtert das ein bisschen raus, sodass es für uns als empfundene Lautstärke erst bei zehn weiteren Dezibel doppelt so laut ist wie davor. Das heißt, 1974 hatten wir eine Feuerwehrsirene, die doppelt so laut sein musste wie 1912. Leider leben wir nicht im Jahr 1974. Im Jahr 2019 war die Dezibel-Lautstärke noch mal um neun Dezibel lauter, also fast noch einmal das Doppelte zu 1974, damit man es hört. Warum ist unser Ohr so überlastet, dass es immer alles lauter werden muss, damit wir etwas hören? Der informationelle Lärm, dieses Ding hier und das, was ihr da alle mithabt, sorgt für informationellen Lärm. Unglaublich viel, was da los ist. Der Chef von Google, der war von 2003 weg bis 2010 der Executive Director von Google, der hat gesagt, sein Name Eric Schmidt, zwei Tage, 2010, zwei Tage Informationen über Google seien so viel wie alle Informationen, die man bis 2003 bekommen hat. Was da alles hochgeladen wird aufs Internet. Doppelt so viel in zwei Tagen wie die ganze zivile Menschheitsgeschichte. Das gibt es doch gar nicht. Ich glaube das nicht, oder? Smartphones und Millennials. Gibt es ein paar Millennials unter uns? Ein Millennial, gar nicht so viele, die sind alle im Urlaub. Millennials hier in Bogenhofen sind im Urlaub, ein paar sind da. Millennials nach eigenen Angaben, 69 Prozent von ihnen werden unruhig, wenn sie für kurze Zeit von ihrem Smartphone getrennt sind. Ich habe in einer Umfrage gelesen, dass einige Millennials und noch die, die danach kommen, lieber bereit sind, ins Gefängnis zu gehen mit ihrem Smartphone, als dass sie das Smartphone abgeben. Du magst das zum Lachen finden, aber das ist die pure Wahrheit. Kannst du es ja mal selber ausprobieren, der du es mitgebracht hast. Lass es doch mal hier für eine Woche. Da gibt es ja schöne Bankreihen da vorne, da könnt ihr einfach das reingeben. Wir versprechen euch, wir schließen zu, niemand klaut es. Jetzt lacht ihr wegen einem anderen Grund. Ihr wisst, das geht nicht, oder? Kein Wunder, dass ein Buch, bei dem jemand einen Selbstversuch gemacht hat, über 30 Tage zu einer Art Bestseller wird. 30 Tage ohne Smartphone. Wie um alles in der Welt hat dieser Mensch das überlebt? Das will man wissen. Und dann kommt noch der innere Lärm. Das ist vielleicht sogar das Schlimmste. Der Kopflärm. Wie kommt das zustande? Nun, wir haben die Chance, in unserem Kopf 4000 Wörter in der Minute zu denken. Reden können wir etwa maximal 400. Keine Angst, ich rede nicht hier 400 Wörter die Minute. Da müsste ich etwa fast viermal schneller reden. Aber das geht, wenn man will. Nur im Kopf denkst du noch viel, viel schneller. Mihaly Csikszentmihalyi, ihr dürft mir glauben, ich habe das mehrfach geübt, ist ein Psychologe, der einen Flow-Effekt erfunden, also nicht erfunden, studiert hat. Und er hat gesagt, zum Verstehen brauchen wir 60 Bit in der Sekunde, 60 Informationen in der Sekunde, um jemanden zu verstehen. Wir verarbeiten da praktisch alles. Mund, Mimik, Gestik, 60 Bit. Wir haben aber die Chance, 126 Bit zu verarbeiten. Was macht dein Gehirn in der Zeit, in der du mir zuhörst? Du hörst nicht nur die Predigt. Du hältst dir eine eigene Predigt. Über die Predigt, über dein Leben, über andere Dinge. Denk einfach an das, was du sonst noch alles denkst, während du mir zuhörst. Das ist unglaublich. Bis ihr rausgeht, habt ihr drei, vier, fünf andere Predigten noch im Kopf gehalten. Schaut, gegen was ich ankämpfen muss. Versteht ihr? Ich habe gar keine Chance, weil ihr so schnell denkt. All dieser Lärm, akustisch, informationell, innerer Kopflärm, sucht eure Aufmerksamkeit zu bekommen. Und eure Aufmerksamkeit ist der größte Schatz, den ihr habt. Habt ihr schon mal erlebt, wie das ist, wenn dir jemand aufmerksam zuhört? Also ich meine nicht so zuhört, dass er gleich wieder das Nächste sagen kann. Oder so zuhört, dass er einfach seine Dinge dir dann sagt, wenn du mal Luft holst. Sondern richtig, in Ruhe, aufmerksam zuhört? Das ist Labsal für die Seele. Wann hat zuletzt dir jemand aufmerksam zugehört? Das soll ich die Frage andersrum stellen. Wann hast du zuletzt aufmerksam zugehört? Stille ist etwas Heiliges. Aufmerksamkeit ist etwas Heiliges. Und diese beiden Dinge, die muss man miteinander verbinden. Aufmerksamkeit geht, wenn man still ist. Ruhe ist nicht einfach Abwesenheit von Lärm. Ruhe ist Anwesenheit von Aufmerksamkeit. Das ist Ruhe, die eine präsentische Ruhe ist. Eine Ruhe, die in unsere Gegenwart eintritt. Wenn wir in Ruhe unseren Fokus dorthin legen können, wo wir wollen. Wir brauchen in unserer Welt eine Zeit, einen Raum, eine Kultivierung von Stille. Und deswegen, liebe Freunde, Geschwister des Wortes, liebe Adventisten und noch nicht Adventisten, deswegen ist der Sabbat das, was diese Welt braucht. Der Sabbat ist für die Menschen gemacht. Glaubt ihr das? Oder glaubt ihr nur, der Sabbat ist für die Adventisten gemacht? Ja, jetzt wirst du dich vielleicht fragen, warum ich hier über den Sabbat rede. Ihr seid alles Adventisten, ihr seid alle am Sabbat da. Also ich trage hier Eule nach Athen. Okay, kein Problem. Wir als Adventisten sind ja super Sabbat-Kenner. Wir kennen Sabbat-Videos, YouTube-Predigen über den Sabbat. Wir halten Sabbat-Bibelstunden. Wir können von vorne bis hinten belegen, zu Recht, warum der Sabbat auch heute noch der göttliche Ruhetag ist. Wir wissen, warum der Sabbat nicht am Sinai zum ersten Mal gekommen ist. Es gibt ja schließlich 2. Mose 16, Vers 4 und 5. Es gibt 2. Mose 5, Vers 4 und 5. Es gibt 1. Mose 26, Vers 5, 1. Mose 2, Vers 1. Wir können bis zur Schöpfung zurückgehen. Sabbat ist immer da, schon gewesen. Wir kennen das. Nur leider habe ich den Eindruck, meistens beschäftigen wir uns nicht darum, wie man den Sabbat hält. Wir wissen aber, wie man ihn nicht hält. Zumindest glauben wir das. Was wir dabei vernachlässigen ist, dass Sabbat das beste Mittel für Mission ist. Der Sabbat muss ein Comeback erleben. Denn er ist das, was diese Welt braucht. Wenn das irgendwie stimmt, was ich am Anfang euch nur einfach weitergegeben habe, dann ist der Sabbat die Lösung für viele Menschen Probleme. Und du und ich, wir kennen das. Geben wir es auch weiter? Was bedeutet der Sabbat für dich? Wie ist dein Verständnis von Sabbat? Und wenn man das so ein bisschen geistlich überlegt, wie hat es sich denn verändert im Laufe deines geistlichen Lebens? Ist da was dazugekommen? Oder ist es bei dem geblieben, der Sabbat ist der richtige Ruhetag Gottes? Ich habe es ja erkannt aus der Bibel und deswegen gehe ich am Sabbat in den Gottesdienst. Das ist richtig, aber es ist viel zu wenig, oder? Was hast du gelernt im letzten Jahr über den Sabbat? Über die Ruhe. Wie hat die Sabbatruhe dein Leben geprägt? Zum Beispiel am Dienstag. Ich möchte mit euch heute einige Texte anschauen. Sieben müssen ja sein, Sabbat, siebter Tag. Und wir werden da über das nachdenken, wie der Sabbat in der Tora präsentiert wird. Und wie er da präsentiert wird, ist nur ein Auszug. Das ist keineswegs umfassend. Ihr könnt noch viele andere Aspekte dazugeben, das ist mir klar. Aber denkt immer daran, dass der Sabbat die Mission ist. Ja, ich hätte jetzt fast gesagt, wer hat für einen Tisten, aber die Welt, die die Bibel kennt, sollte den Sabbat der Welt geben, die die Bibel nicht kennt. Aber nicht nur als Information. Was würdest du tun, wenn dein Gegenüber dich angesichts des Alltagslärms und der Ruhelosigkeit folgendes fragen würde? Was wäre, wenn dir jemand einen garantierten Weg anbieten würde, all das zu beheben, Sorgen, Stress aus deinem Leben zu verbannen, dich völlig ausgeruht zu fühlen, dich in diesem Zeitalter der technologischen Raserei tief mit Gott und mit anderen Menschen zu verbinden, dich von Freude, dich von Freude, Festlichkeit mitreißen zu lassen, gegen Ungerechtigkeit zu kämpfen, dich um die Schöpfung zu kümmern, würdest du darauf eingehen? Garantierter Weg. Ich glaube, wenn man das unseren Mitmenschen anbieten könnte, ich glaube, da würden einige drauf einsteigen. Zumindest mal ausprobieren. Und deshalb ist es Zeit für ein Comeback des Sabbats. Schauen wir uns das an. Ich möchte behaupten, mit meinem Kollegen Richard Davidson, der hat das richtig schön ausgearbeitet. Sabbat ist ein Verb. Nun, mir ist schon klar, Sabbat ist ein Nomen, okay, also Deutsch ist logisch. Und trotzdem, in der Bibel wird Sabbat viel häufiger mit einem Verb verbunden als mit einem Nomen. Und in der Tora gibt es da sieben Verben, das sieht schön aus und wir schauen uns die jetzt an. Dann beginnen wir mit dem ersten Verb und wir werden sieben Dimensionen des Sabbats hier anschauen. Dieser Text ist uns ziemlich bekannt, schätze ich. Gott ruhte, und da steht das hebräische Wort Schabbat, er ruhte am siebten Tag von allen seinem Werk, das er gemacht hatte. Dieses Wort Schabbat heißt eigentlich aufhören, beenden, etwas nicht mehr tun. Das ist für die Israeliten zur Zeit des Auszugs aus Ägypten ein richtiges Schlagwort geworden. Ich habe ja den Text schon erwähnt in 2. Mose 5, Vers 4 und 5. Da denkt sich der Pharao, liebe Leute, Mose, Aaron, was habt ihr eigentlich? Ihr kommt hierher und ihr wollt dieses Volk noch feiern lassen? So wird es übersetzt. Aber im Hebräischen steht, ihr wollt das Volk auch schabatten lassen? Und was der Pharao dann tut ist, ich führe hier die freie Marktwirtschaft ein. Und in der freien Marktwirtschaft können wir nicht die Maschine ruhen lassen am siebten Tag. Und damit ihr auch wirklich versteht, was Arbeiten ist, gebe ich euch die Möglichkeit, mit den Grundmitteln der Arbeit umzugehen. Macht mal Ziegel aus Ton und los geht's. Natürlich war es keine freie Marktwirtschaft, aber es gibt schon ziemliche Ähnlichkeiten. Diese freie Marktwirtschaft in Ägypten hat dafür gesorgt, dass die Israeliten eben nicht mehr ruhen sollten, nicht mehr feiern sollten am siebten Tag. 24 goldene Stunden, in denen wir heute nicht arbeiten müssen. Ob das jetzt körperliche Arbeit ist, Hausarbeit, lange Arbeitszeiten im Büro, irgendwelche Nachtstunden, all das ist eigentlich nicht erforderlich. Abraham Heschel, ich liebe dieses Buch. Ein Jude, der über den Sabbat schreibt. Liebe Leute, ich empfehle euch, das zu lesen. Einfach einmal Bücher zu lesen über den Sabbat. Er sagt, der Sabbat als ein Tag, an dem man keine Arbeit tut, ist nicht eine Herabsetzung der Arbeit, sondern deren Bejahung. Gott selbst hält ihre Würde hoch. Du sollst am siebten Tag keine Arbeit tun, ist die Forderung des Gebots. Sechs Tage sollst du arbeiten und all dein Werk tun. So steht es ja da. Der Sabbat-Geburt sagt, sechs Tage sollst du arbeiten, nicht sieben Tage sollst du arbeiten. Die Arbeit hat also ihren Stellenwert, sie hat ihren Wert. Und trotzdem kommt da eben auch noch Ruhe dazu. Etwas weiter sagt er, der Sabbat ist nicht um der Wochentage willen da. Das ist ein wichtiger Punkt, finde ich. Die Wochentage sind um des Sabbats willen da. Er ist kein Intermezzo, er ist Höhepunkt des Lebens. Ich bin jetzt ganz ehrlich, manchmal denke ich, es ist wirklich ein Intermezzo. So eine Ruhepause, bevor es wieder losgeht. Und dann freuen wir uns, dass es diese Unterbrechung gibt. Was haben wir da noch irgendwie gelernt von der Bibel, dass das Höhepunkt sein soll? Wir brauchen diesen einen Tag. Ich finde es interessant, und da könnt ihr ein bisschen mehr rein studieren, dass man in der Medizin, redet man von einem zirkadianen Rhythmus. Das ist so ein Tagesrhythmus. Dazu gehört, dass man in der Nacht hoffentlich leichter schläft. Wenn es dunkel wird, wird Serotonin ausgeschüttet. Dann wirst du müder und dann kannst du schlafen. Und so hast du so einen Tagesrhythmus, einen Tagesbiorhythmus. Das ist bekannt, oder? Es gibt auch ein paar wenige Studien, die von einem septazirkadianen Rhythmus sprechen. Von einem sieben-Tage-Rhythmus. Echt? Und das soll betreffen die Herzfrequenz am siebten Tag, die Produktion von Steroid-Hormonen, das An- oder Abschwellen nach Operationen, verschiedene Immunreaktionen und der Anstieg der Cortikialhormone in der Muttermilch. Die alles am siebten Tag etwas anders sein sollen, wie in den sechs Tagen davor. So als ob der Mensch auch für einen sieben-Tage-Rhythmus geschaffen ist. Ach, ich würde gerne sehen, ob es da noch mehr gibt. Kenneth Greenway spricht davon, dass am siebten Tag universell eine erhöhte Aktivität der Zirbeldrüse ist. Und das Hormon Melatonin produziert wird. Vielleicht sind wir deswegen am Sabbat so müde. Sind wir auf den Sabbat gepolt worden als Menschen? Biologisch gepolt, nicht nur gedanklich? Körperliche Ruhe ist wichtig, also ausreichend Schlaf. Hast du gehört, Martin? Oh, schön, da stehe ich da. Es ist nicht unangebracht, am Sabbatnachmittag einen Powernap zu halten. Ihr dürft auch zwischendurch mal einen Amen rufen, wenn ihr denkt, dass das stimmt. Oder ein erfrischendes Schläfchen. Sehr zurückhaltend, ne? Ich frage mich während der Kindergeschichte, was der Papa eineinhalb Stunden gemacht hat, als die Mama die Simone gesucht hat. Jesus sagt, der Sabbat ist um das Menschenwillen geschaffen worden. Nicht der Mensch um das Sabbatswillen. Nicht der Mensch um das Sabbatswillen. Am Sabbat bekommen wir auch geistig-mentale Ruhe. Aus dem vierten Gebot. In sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Und er nuachte am siebten Tag. Er ruhte. In der Wiederholung in 5. Mose 5, Vers 14, da tauchen ja die zehn Gebote noch einmal auf. Lädt Gott die Menschen ein und sagt, ihr Menschen sollt nuachen. Da sagt er nicht Schabbaten, wie es in 2. Mose 20 noch war, sondern nuachen. Was heißt nuachen? Nuachen bedeutet sich wirklich ausruhen. Das ist nicht beenden und aufhören, sondern das ist zur Ruhe kommen. Oft meint es auch psychologisch zur Ruhe kommen, ganzheitlich zur Ruhe kommen, aufatmen fast schon. Das ist eine geistige Ruhe. In der Genesis Rabbah, eine rabbinische Erklärung zur Genesis steht, was wurde am Sabbat geschaffen? Gelassenheit, Heiderkeit, Frieden, Ruhe. Das wurde am Sabbat gemacht. Könnt ihr euch mit dem identifizieren? Seid ihr heute etwas heiterer als sonst? Ich hoffe, vielleicht habt ihr noch das ein oder andere auch zum Lachen an diesem Tag. Womöglich auch in der Predigt. Oh, ein weiteres Buch. Jetzt darf ich das zeigen. The Sabbath Experiment. Rob Muthier, ich habe den mal getroffen bei einer Tagung in Kalifornien, ist Professor für praktische Theologie an der Azusa Pacific Seminary. Er glaubt, dass der Sonntag der Ruhetag ist, aber er hat einen Kurs angeboten, den nennt er The Sabbath Experiment, wo er sagt, lasst uns mal Sabbat feiern. Am Sabbat, so wie die Bibel das sagt. Und er gibt dann seinen Studenten Anweisungen, wie geht das? In diesem Buch verknüpft er biblische Texte mit praktischen Anweisungen. Es ist praktisch der Syllabus zu seinem Kurs. Englisch leider, aber hey, viele von euch können Englisch lesen. Warum nicht einmal so ein Buch lesen? Manchmal frage ich mich, warum hat Adventisten nicht ein Sabbat Experiment an der Uni irgendwo durchgeführt? Aber das frage ich nur ganz leise, okay. In diesem Buch gibt es tolle, interessante Gedanken. Hier einer. Ein weiterer Aspekt der Sabbatruhe ist das intellektuelle Ausruhen. Dazu müssen wir unseren Verstand anders einsetzen. Der Verstand, der die ganze Woche über zum Planen, Problemlösen, Entwerfen, Strategien entwickeln, Sammeln von Daten und Organisieren eingesetzt wird, wird am Sabbat von diesen Anforderungen befreit. Was macht ihr dann noch mit den 126 Bit pro Sekunde, die ihr denkt? Wenn das alles nicht mehr gemacht werden muss. Endlich frei Aufmerksamkeit zu konzentrieren, dorthin, wo man es möchte. Auf Mitmenschen, auf Gott, auf sein Wort, auf Singen und Musik, auf Natur hinausgehen. Wir sind endlich frei. Und unser Leben, das brauche ich euch nicht erzählen. Das digitale Tempo ist wirklich verrückt. Wenn wir unser Gehirn aber auf diese Weise einsetzen, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf das richten, was für uns förderlich ist, was für den anderen förderlich ist, was für Gott förderlich ist, dann tut uns das gut. Und das ist ein wahrer Sabbat. Und, wer es glaubt oder nicht, wenn wir das am Sabbat tun, dann hat das Auswirkungen auf die Woche. Weil wir am Sabbat etwas trainieren, was wir auch in der Woche tun können. Plötzlich mal innehalten, Aufmerksamkeit wieder refokussieren, auf das, was wichtig ist. Sabbatruhe schwappt hinein in die anderen Wochentage. Welche technikfreien Zeiten schaffst du dir in der Woche? Wann findest du Zeit für tieferes, reflektierendes Denken? Legst du deinen Computer eine Stunde vor dem zum Bett gehen auch wirklich weg? Ja, okay, ihr macht das. Ich habe jetzt nur gerade an mich gedacht. Aber das könnte ich mir ja vornehmen. Richard Svensson in seinem Buch über Ruhe schreibt, wir sind wie ein Buch. Ein Buch ohne Rand, ein Buch ohne Absätze, jeder Millimeter wird voll geschrieben. Wir kosten die Zeit aus. Leute, so ein Buch lese ich nicht gerne. Also manchmal gehe ich in ein Buch hin und schaue mir, okay, Umschlag sieht gut aus, aber dann öffne ich es und das Layout muss passen. Wenn das voll geschrieben ist, von oben bis unten und kein Platz am Rand, dann denke ich mir, na, also da hat sich jemand nicht gut überlegt, dass das fürs Auge nicht passt. Nun leg es weg. Sei nicht ein Buch, das man weglegt. Lass freie Zeilen, mach Absätze. Eine emotionale, erneuernde Ruhe ist das dritte Wort. Das dritte Wort ist Nafash. 2. Mose 31, 17 liest sich fast wie im vierten Gebot, nur steht da, er hat geruht und Atem geschöpft. Nafash, Atem schöpfen. Das geht auf die Emotionalität. Das ist das Erfrischende für die Seele. Wie hat es Jesus ausgedrückt? Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Am Sabbat zu ruhen bedeutet, sich emotional auszuruhen. Das regelmäßige, wöchentliche Leben erschöpft ja die emotionale Kapazität eines Menschen geradezu. Am Sabbat halten wir inne. Wie funktioniert das? Vielleicht, wenn man am Sabbat Potenzial, also potenzielle kontroverse Gespräche vermeidet. Konfliktgespräche muss man nicht am Sabbat führen. Also wenn du jetzt rausgehst ins Foyer nachher, sprich Dinge, die erfreulich sind. Ermutige andere lieber. Entwickle andere Formen der Eltern- und Kindbeziehung. Wir haben das in der Kindergeschichte sehr schön gehört, was die am Sabbat alles tun. Übe dich darin, sogar die Sorgen loszulassen über den Tag. Manchmal denkt man, ach, wenn es nur länger Sabbat wäre, weil... Nein, gar nicht an das Denken. Fuß, Augen, Körperkontakt mit Natur, das erfrischt unsere Seele. Der Sabbat, ein nächstes Buch, Mavadon, Keeping the Sabbath Holy. Ich glaube sogar, das gibt es auf Deutsch. Übersetzt. Mavadon, wie die Morgenröte. Auch keine Adventistin, der aber darüber schreibt, wie man den Sabbat hält, damit man am Sabbat am meisten rausbekommt. Ich wünschte, ein Adventist hätte das Buch geschrieben. Also da sagt sie, der Sabbat ist ein Tag, an dem wir unsere Beziehung zu Gott vertiefen. Und das führt notwendigerweise zu emotionaler Heilung. Ein besonderer Tag, der der emotionalen Erholung gewidmet ist. Er gibt uns die Stille, um uns selbst zu entdecken, unsere Integrität und Kreativität wieder zu erlangen. Das kann man erleben. Viertes Wort, 2. Mose 31, Vers 16. Wir sollen den Sabbat tun. Da steht jetzt feiern, wörtlich machen, tun, machen, herstellen, arrangieren. Man muss tatsächlich nicht am Sabbat einfach aufhören. Man muss etwas anderes tun am Sabbat. Fast so denke ich an Jesus, der sagt, ihr könnt nicht einen Dämon austreiben und dann das Haus leer lassen. Ihr müsst das Haus füllen. Ihr könnt nicht die Dämonen der Sechstagewoche austreiben und dann sagen, am siebten Tag lasse ich es leer. Mit was füllst du es? Sei kreativ. Fülle es mit feierlichen Dingen. So hat es Gott auch gemacht. In 3. Mose 23, Vers 1 steht, der siebte Tag ist ein ganz feierlicher Sabbat für euch. Darum geht es. Danke für den Predigtext vorlesen, Josef. Um genau diese Einstellung geht es. Nennst du den Sabbat eine Wonne, eine Freude, eine Lust oder Last? Wie wird der Sabbat zur Wonne? Ja, ich kann mich nur wiederholen. Finde Rituale, um die Königin Sabbat zu begrüßen. Gib ein besonderes Essen. Ich freue mich schon auf das Mittagessen heute. Alles fertig an Hausarbeit, Vorbereitung. Habt ihr zwei Sabbatkerzen zu Hause? Zahor und Schammer, also erinnere dich, bewahre den Sabbat, zünde sie an, 18 Minuten bevor der Sabbat losgeht. Kreiere Sabbat-Erinnerungen. Wie oft sind wir mit unseren Kids gleich nach dem Gottesdienst rausgegangen aus der PMC. Da war ein Baum und Kinder brauchen Bewegung, auch am Sabbat. Und wir haben sie da in den Baum geführt. Zum Glück waren die Äste so tief, dass niemand drumherum das gesehen hat, was wir da gemacht haben. Geklettert. Mit Sabbat-Gewand. Marianne, das war es uns wert, oder? Kreiere für Kinder solche Sabbat-Erinnerungen. Wie war das? Der Becher fließt über. Das Glas ist nicht nur voll, sondern am Sabbat geht es über. Warum nicht mal zu Hause ausprobieren? Schenk doch mal das voll. Natürlich mit Untersatz. Und schenk einfach mal drüber. Nicht ein Gupf, sondern mehr als ein Gupf. Mal schauen, was die Gäste sagen. Herumsitzen, reden, lachen, einfach mal so. Oder ein humanitärer Dienst für Menschen in Not. Und Krankenhäuser, Pflegeheime, Nachbarn, gibt es überall. Freude erhalten durch Freude geben. Das Ergebnis in Jesaja 58, Vers 8. Das ist gleich nach zwei Versen, wo es darum geht, was man alles tun könnte. Fesseln lösen, Hungrige geben, Heimatlose mit aufnehmen, Nackte begleiten und so. Und dann sagt Gott in Vers 8, dann wird dein Licht hervortreten wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell sprossen. Ich glaube, der Sabbat ist auch ein Mittel für die Gesundheit, für Heilung. Ist es deshalb, dass Jesus am Sabbat, wenn er Wunder gemacht hat, Ich muss eigentlich so sagen, wenn er ein Wunder initiiert hat in den Evangelien, dann war es immer ein Sabbat. Damit er das verankert in den Köpfen der Leute, Sabbat ist Heilung. Fünftens, von Gnade erfüllte Ruhe. Ihr werdet euch wahrscheinlich wundern, warum das Wort vollenden, Kala, etwas mit Gnade erfüllte Ruhe zu tun haben soll. Gott beendete, er vollendete, er brachte es zur Erfüllung am Sabbatag. Tatsächlich ist es so, dass wenn man den Schöpfungstext liest in 1. Mose 1, man merkt vom ersten Tag an, das geht wohin. Das war der erste Tag. Wenn ich der erste Tag höre, dann denke ich, okay, dann muss ja wohl auch ein zweiter kommen. Dann höre ich zweiter Tag, dritter Tag, vierter Tag, fünfter Tag, sechster Tag und Gott vollendete, brachte zur Erfüllung. Die ganze Schöpfung ist auf diesen Tag ausgelegt. Nicht nur in dem, wie Gott es gemacht hat und wunderbar arrangiert hat, auch literarisch niederschrieben ließ, sondern tatsächlich in allen Bereichen des menschlichen Lebens ist das die Erfüllung. Der Mensch erlebt Sabbatfreiheit, Sabbatfeier, Sabbatfreude an diesem Tag. Das war der erste Tag, an dem der Mensch einen gesamten Tag erlebte. Hat der Mensch da mit Gott geruht? Oder war das so, Gott hat gesagt, ich mache jetzt Ruhe und ihr tut mal schön bebauen und bewahren. Heute, während ich ruhe, das kann man sich nicht vorstellen, oder? Wäre seltsam. Gott erschafft also den Menschen und gibt ihm gleich mit auf den Weg, als erster Tag, den er lebt. Sabbat. Versteht mich jetzt nicht falsch, wenn ich sage, der Sabbat für Adam und Eva war der erste Tag der Woche. Klingt ein bisschen fremd, gell? Ist okay. Ein bisschen verwirrend ist gut, dann denkt man weiter. Erster Tag, den sie erlebt haben. An jedem Sabbat, wenn wir von unserer Arbeit ausruhen, verkündigen wir der Welt, dass alles durch Gott vollendet ist. Der Sabbat wird in der Bibel im Neuen Testament mit der Lösung verbunden. Denkt an Hebräer 4, Sabbatruhe, der Lösungsruhe, das kommt noch. Wir verkündigen am Sabbat, dass Gott alles vollendet hat. Wir sind nicht daran beteiligt, dass wir erlöst werden. Gott macht das für uns. Wir lassen uns beschenken, so wie Adam und Eva durch Leben beschenkt worden sind und dann in der Sabbatruhe den Tag mit Gott verbringen. Wir können am Sabbat verkündigen, dass Gott erlöst hat. Der Sabbat ist Mission. Sechster Punkt. Es ist eine gesegnete, befähigende Ruhe. Auch 1. Mose 2, Vers 3. Gott berachte am Sabbat. Er berachte den Sabbat. Segnete. Segen, barach, meint ausstatten, ermächtigen, etwas befähigen. Vorher kam schon der Segen in der Schöpfung vor. Er segnete die Fische, die großen Fische. Er segnete den Menschen und spricht dann zu ihm, seid fruchtbar Meere, durchfülle die Erde. Gottes Segen ist ein Spruch, der das, was er geschaffen hat, befähigt, das zu erfüllen, was er sagt. Welchen Segen hat Gott am Sabbat? Was sagt er uns da zum Sabbat, wo er möchte, dass der Sabbat sich verbreitet, dass er, lass mich das so sagen, der Sabbat soll fruchtbar sein und sich mehren. Nicht nur am Sabbat-Tag, sondern wir leben in einer Sabbat-Stimmung die ganze Woche. Und der Sabbat ist der besondere Tag, wo wir dem unsere ungeteilte Aufmerksamkeit geben können, was uns aber auch die ganze Woche antreibt. Befähigende Ruhe. Die sabbatliche Kraft soll sich übertragen. Letzter Punkt. Gott kadaschte ihn. Gott heiligte den Sabbat. Wie kann Gott etwas heilig machen? Ihr kennt das ja. Mose am brennenden Busch. Ich glaube, ich habe das schon mal irgendwo erwähnt. Das Erste, was Gott zu ihm sagt, ist, Mose, zieh deine Schuhe aus. Denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Der Mose tut dann seine, mache ich jetzt nicht, okay, tut seine Schuhe ausziehen, oder sollte ich? Und dann, am nächsten Tag kommt Mose zurück. Und wenn er nur ein bisschen die Neugier hat, die ich habe, dann würde er ja da nochmal hingehen zu dem Busch, der da gebrannt hat und sagen, okay, ich schaue mir das nochmal an. Zieht Mose seine Schuhe aus? Ich glaube nicht wirklich. Da ist niemand da, der sagt, stopp, komm nicht näher, zieh deine Schuhe aus, heiliges Land. Mit Sandalen bin ich geschützt. Keine Schlangen, was weiß ich, was da passiert. Und schaut sich denn, der ist immer noch da. Fantastisch. Übrigens, sehr schön gemacht, oder? Richtig toll für einen Sabbat. Was macht das Land heilig, damit Mose seine Schuhe ausziehen muss? Das Wort liegt ja auf der Hand. Es ist Gott, der da ist. Da, wo Gott ist, ist Heiligkeit. Denn er ist die Quelle des Heiligen. Und überall, ihr könnt jeden Bibeltext nehmen, wo was von heilig steht. Es ist immer in Verbindung mit Gott. Ohne Gott ist etwas nicht heilig. Wenn Paulus sagt, ihr Heiligen zu Bogenhofen, was meint er dann? Seid ihr ganz besondere Leute hier? Ja, wahrscheinlich schon. Also ich finde, ihr seid besonders. Aber was er meint ist, ihr habt Verbindung mit Gott. Und deswegen seid ihr heilig. Weil der Heilige Geist in euch wohnt. Seid ihr ein Tempel des Heiligen? Geistes. Ein Tempel des Heiligen Gottes. Ihr seid heilig, weil Gott heilig ist und er in euch ist. Wenn er sagt, dass er den Sabbat heiligt, dann sagt er, ich gebe euch ein Heiligtum in der Zeit. Ich spreche mit Abraham Heschels Worten. Ich gebe euch eine Zeit, in der Heiligkeit anwesend ist. Ich bin da. Gott schenkt sich selbst als Person am Sabbattag. Das ist der Höhepunkt. Deswegen der siebte Punkt hier. Der Sabbat ist das Geschenk, das Gott uns macht, indem er sich selbst uns gibt. Was für ein Gott. Sabbat bringt uns die Person Gottes nahe. Haltet nur ja meine Sabbate, lässt Gott Mose schreiben. Denn sie sind ein Zeichen zwischen mir und euch für all eure Generationen, damit man erkenne, dass ich der Herr ist, bin der euch heiligt. Gott hat es sich zur Aufgabe gemacht, am Sabbat uns zu heiligen. Heißt, seine Anwesenheit in uns zu bringen. Das ist nicht heiliges Tun. Das sind nicht besondere Aktivitäten, die wir machen. Er heiligt uns. Ihr versteht? Er sagt, das ist meine Sabbataufgabe, in euer Leben hineinzukommen und präsent zu sein. Jesus könnte manchmal auch sagen, Martin, Martin, du hast viel Sorge und Mühe. Im Grunde ist doch nur eins wirklich wichtig. Maria hat das gute Teil erwählt. Erwählen wir den Sabbat für unser Leben. Erwählen wir Gott. Und so haben wir diese sieben Punkte hier. Wenn ich mir das so ansehe, dann glaube ich, ist das das, was die Welt braucht. Fragt die Menschen, die ihr kennt, ob sie Ruhe haben möchten. Setzt dort an bei körperlicher Ruhe, Arbeitsruhe, wo immer ihr ansetzen wollt. Ihr findet ganz sicher einen dieser Punkte, wo jemand anders eine große Sehnsucht hat oder ein Mangel. Und ihr kennt und lebt den Sabbat. Ihr kennt den Herrn des Sabbats. Braucht diese Menschheit nicht den Sabbat? In der Schweiz habe ich diese Gedanken ähnlich gehalten. Bei der Konferenz dieses Jahr. Da kam dann ein Bruder nachher auf mich zu und sagt, ich muss mit ihr reden. Und der hat mir gesagt, du weißt, ich bin da so in Kreisen und da hatten wir so irgendein Führungsseminar. Da war eine Person und mit der komme ich ins Gespräch. Das war der Leiter des Seminars. Ich glaube, so war das. Und ich erzähle ihm, wer ich bin und was ich mache und habe ihm was vom Sabbat erzählt. Und dann fragt er mich plötzlich, Sabbat, erzähl mir mehr. Und dann erzähle ich und erzähle ich. Und dann sagt diese Person, ein Nicht-Adventist, das gibt es ja gar nicht. Echt jetzt. Das ist ja das Beste, was man wissen muss in unserer Zeit. Willst du das den Menschen vorenthalten? Wir singen gleich ein Lied vom Kronjuwel der Schöpfung. Wir haben ein Kronjuwel geschenkt bekommen. Der Sabbat ist aber nicht nur Kronjuwel der Schöpfung. Meine Überzeugung ist es, der Sabbat ist das Kronjuwel unserer Mission als Adventgemeinde. Der Sabbat ist nicht für die Adventisten gemacht. Der Sabbat ist für die Menschen gemacht. Gib ihn, den Menschen weiter. Amen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020